Ach, naja, egal. So. Oh, ich kann voll viel neuen Stuff machen. Voll gut. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Und es ist wieder heiß. Habe ich noch meine Drinks? Nice. So. Die kann ich noch fertigen. Cool. Dann tapsen wir unseren kleinen Hühnchen auf den Kopf. Sorge dafür, dass er einmal kopfüber fällt. Ey, so einen richtig coolen Käsekuchen hätte ich auch mega Bock drauf. Billy, danke für deinen Sub. Amazon Prime Subs bringen genauso viel wie normale Subs. Daher, falls ihr Amazon Prime habt, subbt gerne über Amazon Prime. Okay, das 15 Minuten stehen geht immer noch nicht. Die Cat Cam ist aus, weil keine... Oh doch, da ist eine Cat auf dem Sofa. Ich dreh durch. Wo kommt die denn her? Warte. Hier. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Da ist tatsächlich eine Cat auf dem Sofa. Okay. Okay. Bye. Wie geht's das? . Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ich bin dabei. Ist ja. Ich kann es nicht machen. Es gab es nicht von oben. Das ist der Kater. Das siehst du an den dicken Bäckchen. Ach, wie viel Arbeit das ist, so ein paar Dinger rauszureißen. Meine Güte. So. Das ist gar nicht so einfach, hier rauszusuchen, was ich jetzt verkaufen kann und fast nicht, man. Vor allem so ein bisschen Futter brauche ich selber auch immer noch, ne? Hier, ihr könnt noch ein Glühwürmchen haben. Ach komm. So, okay. Äh, da muss ich noch. Runter und dort. Jetzt ist es meine Axt upgraden. Das wollte ich nicht. Ich glaube, Axt macht Sinn. Ne, Axt oder Sichel, oder? Was soll ich lieber nehmen? Axt oder Sichel? Hm. Gute Nacht, Dark. Sichel. Okay. Mit einer Dose Just Legends komme ich... Weiß ich nicht. Habe ich nicht gemerkt, äh, gedingst, getimt, wie lange ich damit auskomme. Hält auf jeden Fall eine Weile. Ah, verdammt, ich habe vergessen, meine... Meine Schäfchen zu füttern. Hier ist alles cool, ne? Ihr seid happy. Hier ist, glaube ich, alles super. Aber hier ist noch Handlungsbedarf. Aha. Ich hoffe, die bestellen noch alle mit meinem Creator Code. So weit, so gut. So weit, so gut. Oh, ich muss mir noch so, so einen Trank neu machen, ne? Oh, ganz vergessen. Dieses Spiel hat echt viel Grinding, Alter. Uff, 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 uffdi, uff. So, wo kommen wir am besten raus? Hier? Nein, aber hier. Hier. Oh, come on. Ich war einfach in der Luft, so. Seid mal ein bisschen fair mir gegenüber. Wow. Ich bin nicht, okay. Ok. Cool. Cool. Äh, der Turnierkopf soll eigentlich nicht mehr stehen. Ich habe vergessen, ihn wegzumachen. Sobald ich Zeit habe, erinnert mich dran, damit ich ihn wegmachen kann. Hey, Rommé. Was geht ab? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Dann mal fröhliches Entspann-Dier. Ja. Oh. 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 Oh Gott. Ah. Man würde denken, das ist nicht so schwierig, aber ey, kämpfen geht irgendwann echt... Es geht echt auf die Nieren, Mann. So, hierfür brauche ich jetzt Silbersiegel und ein Glück bin ich hier fröhlich am Silbersammeln. Sie könnten zumindest so fair sein und einfach auch Schaden verteilen, wenn sie sich gegenseitig schon angreifen, Mann. Dann... Ja. 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 So, jetzt habe ich das kleine Problem, dass ich keine Miasma-Tränke mehr habe. Das heißt, ich schalte jetzt dieses Ding hier noch frei und dann werde ich leider fliehen müssen. Ah, die Katze ist weg. Ah, no. Okay, hier geht es richtig ab. Achte, liebe Güte. Zumindest... das wollte ich nicht. Aber halt so einen Dude könnte ich irgendwie noch vertragen. Los, ich glaube, ich brauchte ja auch irgendwie hiervon Stuff, oder? Dieses Kleezeug. Habe ich echt nichts anderes mehr, was ich essen kann? Bis später. Ja. 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 Oh mein Gott. Ah stimmt, ich kann jetzt auch die Bäume fällen, ne? Witziger Kram. Sehr schön. Ähm, was so Energie angeht, habe ich leider Pech gehabt. Okay, dann habe ich erstmal genug von den paar Sachen, die ich so holen kann. Hm. 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 Waren hier nicht irgendwo so grüne Blubbels? Und jetzt tauchen die einfach nicht mehr auf, weil es schon zu spät ist, oder? Irgendwie so ein Quatsch kommt da doch. Okay, da ist noch einer. Ja. Sehr schön. Ich weiß nur, dass hier irgendwo mal ganz viele waren, aber... frag mich nicht wo, Alter. Okay, dann ist es jetzt halt auch elf. Dann kann ich auch... zurück in mein Lager gehen und da erstmal... die ganzen Dinger verbraten und verbrauchen und verdingsen und machen und tun. sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da noch mehr von hatte, aber naja. Oh, ich kann davon ein paar machen. Okay, das ist schon mal ganz nice. Spuren... Ah, dann machen wir lieber davon welche. Davon... mache ich ja jetzt auch den Kram, oder? Genau. Cool, okay. Nice. So viel dazu... will ich weg. Ahhhh. Ahhhh. Das... gibs doch nicht. ...